Leute, damit herzlich willkommen wieder zurück zu Dead by Daylight, wieder aus der Sicht von uns, zusammen mit Kuntran, Shiko und den Wiedern. Hallo! Und nochmals als Killer ist der Dalu Kart, diesmal mit einem anderen Killer. War das jetzt der dritte oder der erste? Das war gerade der... Also jetzt spielt er den letzten so gesehen noch. Der neue Map? Der mit der Kettensäge. Ja, eine neue Map. Die Map mit dem Maisfeld finde ich sehr interessant. Jupp. Wer auch immer bei... Oh, guck mal, wir sind zu drüben. Oh, hallo. Wir sind zu viert. Wir sind zu viert noch besser. Wer ist hier in der Nähe? Äh, ja. Äh, ja. Okay, ich... Wir verteilen uns mal, ja. Ja, wir sollten irgendwie... Irgendwie heller hier, kann das sein? Ja, hier ist das heller. Ja, das ist vollmond. Ja, merkt man. Da gibt's ein schönes Perk dafür. Natürlich ist vollmond. Ja, und er sucht und findet nicht. Oh, zur Hölle sind ja jetzt hier die Generatoren. Ich find auch noch keinen. Ich hab auch noch keinen gesehen. Oh, stimmt. Sind die hier an uns alles? Und hier auch Lampen oben dran? Nee, außerdem tun die auf allen gleich. Hier ist einer. Okay, gut. Bei dem Bus. Ah, ja, bei mir auch so. Einfach nach Lampenaufschau halten. Oh, hier kann man weggehen. Da ist einer. Ich bin im Mörderkeller. Hier in dem Sadomaso-Schuppen. Uh. Ich denke, man muss die Generatoren machen, ne? Nicht dich da ablenken lassen. Ja, aber es ist so schön mit den ganzen Haken. Na, 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 na. Oh, guck mal, no. Oh, Gott. Ich hör den Herzschlag. Ah, der kann doch nicht wissen, ob ich unten bin. Oder sieht der, wenn ich eine Kiste durchsuche? Nee. Wir haben einen Mad-Kid. Alter. Ich habe einen Mad-Kid. Ich habe einen Mad-Kid. Wo ist er? Hat er mich echt nicht gesehen? Oh. Huh. Oh, shit. Nein, er hat mich auch. Fuck. Das war kacke. Das war kacke. Wir wiggeln direkt da los. Fodderkarte, fodderkarte. Was hat er eigentlich schon in den Händen? Nein, in den Händen hat er es ja noch nicht. Nein, wird mir auch nicht angezeigt. Ja, aber sie wiggelt doch. Ich wiggel, wiggel, wiggel. Er hat mich, ja. Wiggel, 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 wiggel. Wiggel, wiggel. Also im Status unten links bist du. Ich habe es gleich geschafft, Freunde. Ich habe es gleich geschafft. Oh nein, nein, nein. Warte mal, sehen wir doch, wenn er dich trägt. Ja, aber. Jetzt hat es euch stehen. Au. Ah, ein Generat. Achter, sei dir. Hallo. Ich bin an der Tür, Marc. Schön. Ey, au. Ich helfe dir mal eine Runde. Ja, der kämpft bei mir, ne? Ja, deswegen leichte ich doch einfach, ich helfe dir nicht und zeige dir einfach, wo die sind. Jetzt geht er gerade weg, zumindest. Ja, ja, aber der wird da. Der weiß, wo wir sind. Ja. Ah ja, ne, er schleicht um. Alter. Machen wir zwei Skillchecks untereinander. Das war natürlich ein guter Start für ihn. Mhm. Allerdings haben wir derzeit zwei. Aber mein Generator ist fast voll. Ich laufe jetzt trotzdem zu Shigo. Ich bin down. Echt? Du kannst doch strugglen. Also allein, um uns Zeit zu verschaffen. Das gibt es in der Entzündung. Ich struggle. Ich weiß nicht, schaffst du es mal wieder? Ne, der ist noch bei dir. Meine armen Zuschauer, ey. Der kennt dich. Wir hören das auch, also unsere hören das auch schon. Ah, dann ist ja gut. Das reicht für alle. Ich halte mich gut, muss ich sagen. Oh nein. Ist er noch da? Er haut ein bisschen ab, ja? Es ist so anstrengend. Ich muss weg. Nein, der ist hinter mir! Ah! Ich bin gleich down. Ja, down. Keine Kraft mehr im Arm. Steht du da wieder her? Ja, fuck. Ne, ne, ist wieder weg. Ach, okay. Ach, Gottes Willen, ey. Manchmal bin ich echt am Fan. Er ist wieder einmal in der Nähe. Scheiße, ich weiß nicht, wo er ist. Aber ich glaube, er sieht mich. Nein, der ist... Wie kann ich denn den nicht sehen? Das hat Millie, hat Millie mal die Leer. Oh mein Gott! Er hat ne Kettensäge der Irre! Ja, okay. Daru, das ist ein Spiel! Geht aus der Richtung weg, das ist bei mir und auch näher. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin voll auf den Reihen gerannt. Ohohoho. Das ist ein ziemlich guter Start für ihn. Er kommt zu dir. Er kommt zu nem Generator. Mhm. Vorsicht, lauf! Der erste... Oh Gott, wer ist denn das? Nein, zum zweiten... Ja. Er ist bei mir im Prinzip hier. Oh Gott, dauert das Recover'n ewig. Das Recover'n... Du kannst dich selbst auch nicht aufheben, also von daher. Äh, wofür ist das Recover'n? Du verkürzt nur die Zeit, falls Sachs jetzt zu dir kommt. Genau. Achso. Mach ruhig weiter, aber... Ja, ja, ich bin schon über die Hälfte. Ich hab keine Hoffnung, ja? Lauf zu mir! Der Kleiner hat ihn da durchs Fenster. Achso, der wird wahrscheinlich gejagt. So, der läuft doch hoch, er noch. Der läuft schon, okay? Ja, aber dann ist es ja... Jetzt hebt den Arm wieder wieder auf. Mein Gott. Oh shit. Nee, das ist schwierig. Ja, heb ihn auf! Ich darf mir Mistischen ja erst mal sehen. Achso, die links lang? Nein! Achso, hier ist Kundran. Hier ist Kundran. Ja, nicht, ja, nicht. Oh, jetzt geradeaus? Einfach geradeaus? Ach, da. Heb ihn auf, heb ihn auf, heb ihn auf. Komm schon. Komm dir entgegen! Näh, gekrochen. Bundeswehr-Style. Ruhig'n Matsch. Er kommt zu euch. Bzw. er ist bei dem Bus, ist er. Er ist noch bei mir. Meine Helplist ist aber voll. Schön. Oh Gott, das dauert ja ewig. Ganz ruhig, keine Nerven verlieren jetzt hier. Maus 2 Heal-Style kann ich nicht machen, obwohl es da steht. Weil ich dich gerade repariere. Er ist irgendwie noch bei mir. Repariert! Da ist hinter mir. Läuft ja schon, der läuft auch. Hier vorne ist aber noch einer, der noch nicht läuft. Ach komm, ich versuche mir jetzt einfach zu befreien. Der ist aber auch relativ. Geht natürlich nicht. Wo ist er denn hin? Ich struggle einfach ein bisschen. Okay. War doch irgendwo... Da ist er ja. Das ist meiner! Er steht weiterhin vor mir und schlägt auf mich ein. Wunderbar. Ich habe übrigens auch schon einen, der ist zur Hälfte. Der ist ja in der Nähe von da, wo ich hänge. Aber da sollte ich ihn nicht unbedingt dran. Er steht immer noch vor mir. Also ich sehe das rote Licht noch. Gute Vorarbeit. Weiter machen, einfach weiter machen. Er steht immer noch an mir. Steht immer noch an mir. Ich sterbe jetzt. Jetzt bin ich tot. Und ich weg. Er ist nicht in deine Richtung gelaufen. Aber das letzte, was ich sehen konnte, war nicht in deine Richtung. Mhm. Gut. Dann brauchen wir noch einen. Wenn ich normal gehe, sieht er mich nicht. Nur wenn ich renne. Okay. Und wenn ich Raben aufscheuche. Ja. Ja, wobei das finde ich relativ schwer zu sehen. Mhm. Aber nicht bei Vollmond. Links, genau. Links wieder. Hier links. Noch ein Stückchen links. Oh, sagt er. Ah, der ist schon an, oder? Der da vorne also blinkt. Da blinkt. Der ist noch nicht an, glaube ich. Alter, wie lange du da drüber klitterst. Ja, ja, Wahnsinn. Ah, der läuft schon. Das sah nur so aus. Kacke. Das steht jetzt schon noch nicht. Du füllst ihn gerade zu Vita. Oh nein, ich gehe weg, Vita. Weg, 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 weg. Ich gehe schon wieder in die andere Richtung. Oh, stopp. Ich muss weg. Jetzt mach einen Generator. Jetzt mach einen Generator. Ich suche ja einen. Es ist nur noch einer. Ja, aber ich suche ihn trotzdem. Oder du könntest die Luke suchen in der Zeit. Die Luke auf dem Boden ist nur eine Teilluke. Ja, ja. Ich bin ein wenig angespannt. Ach, echt? Ja, du könntest. Wie kommt's? Nervenprobleme, hm? Ja, geht so, geht so. Ich habe meine Pillen heute noch nicht genommen. Ja, ich glaube auch. Das macht mich spät. Ich kann sich ruhig ein bisschen schneller bewegen eigentlich. Wenn er beim Sachsen ist. Ist er bei Sachsen? Komm, ich renne jetzt eine Runde. Ja, ja. Sachsen zumindest muss struggeln. Die Luke, ist die an einem Gebäude, oder kann die irgendwo sein? Die kann irgendwo auf der Map sein. Ach, du Kacke. Die Map ist doch viel zu groß für. Wenn du Glück hast? Ja, komm. Ich reppe noch einfach. Vor allem keinen neuen. Der ist aber mal. Ja, aber bevor ich das eh nicht lange suche. Glaubt an ihn. Hallo? Also so hast du als Killer halt echt eine Chance, wenn du früh einen bekommst. Ja. Weil in der Zeit können sie halt gar nicht so viel. Weil einer geht, im Zweifelsfall sollte einer zum Heilen gehen, weil vielleicht geht der Killer hier doch weg. Ja. Das heißt, zwei schaffen in der Zeit vielleicht einen Generator. Also zwei insgesamt. Und dann den Meuter aufscheuchen gehen. Und dann wird es halt schon schwer. Also wenn in der ersten Minute einer stirbt, dann wird es schwer. Ja, okay. Habe ich hingeguckt? Ich muss hier weg. Nee. Oh ja. Der ist schon bei mir. Okay, ich muss rennen. Da ist er. Oh shit. Ja. Auf Stein sollte man auch nicht sägen. Nicht gut fürs Kettenblatt. Das sägt man nicht. So, jetzt. So, jetzt aufhörbettrennen, weiß jetzt jeder der Spruch. Wie er es nicht gesehen hat, wo du hingerannt bist. Oh, guck mal, der ist fast an. Oh ja. Perfekt. Okay, zur Hälfte. An dem war ich vorhin auf jeden Fall auch schon drin. Ja, zwei perfekte Quicktime Events. Das Ding ist an. Er ist aber hier. Er steckt dich irgendwo. Sei ein Stein. Sei ein Stein. Genau, sei ein Stein. Und wenn das nicht reicht, dann sei ein Baum. Ist auch okay. Oder Patrick ist da. Ich muss die Loke finden. Meinst du? Ja, warum denn nicht? Er hat dich da ja nicht gesehen. Ja. Und du hast da ja auch keinen Skillcheck gefailt. Also, er wusste nicht wirklich, dass du da bist. Riecht da nicht das bisschen Pipi in der Hose? Ja, das schon, aber. Das kann man hinterher trockenlegen. Okay. Hier ist überall Pipi auf der Karte. Überall Pipi verteilt, ey. Oh Gott. Beim nächsten Mal, wenn wir spielen, zieh ich mir eine braune Hose an. Oder die Pampers. Aber die hört man beim Laufen so sehr. Okay, das stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Always Ultra. Nice. So, guck dir die Türen an. Ja, ja. Die eine siehst du? Aber da wird er stehen. Wo ist die eine? Wo ist die andere? Da ist die andere. Ich probiere aber trotzdem die zu nehmen, weil die andere näher dran ist. Vielleicht denkt er, dass ich die nehme. Er sieht die, glaube ich, nicht mehr. Doch, doch. Doch, doch. Ja. Er sieht's. Da ist er auch. Nicht groß bewegen. Nicht groß bewegen. Bleib stehen. Ja. Sei ein Stein. Oder ein Autoreifen ist egal. Sei ein Bus. Sei ein Bus. Bestimmst du auch nicht von daher. Nein. Ich will, dass er denkt, dass ich woanders bin, dass er weghaut. Er will sich nur Angst machen, ja? Er will sich nur Angst machen. Jetzt los, vorsichtig. Das ist eigentlich auch die mega gute Taktik. Leck's mir am Arsch. Weil das Ziel davon ist ja eigentlich, dass die Person, also der Gejagte denkt, der wird die Ketten sehr gerne nur anmachen, wenn er mich sieht. Der geht gerade zum anderen. Ja, ja, aber der fake nur. Der kommt zurück. Warte, wie schnell ist er denn? Alter. Was war das für ein Speed? Er kann aber nur gerade ausrennen, wie Reinhard seinen Charge. Alter. Los, los, los. Nein, nein, nein. Doch, jetzt. Doch, es hat sie entfernt. Ja, ja, er rennt ihr kurz zum anderen. Aufwachen, links. Geh links in den Baum. Geh links in den Baum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles oder nichts. Wiederum nicht. Alles oder nichts. Mach schneller. Wer erfindet denn solche Tore? Komm schon. Wo kommen die Typen überhaupt hin? Das ist ja die Frage. Und raus. Fick dich, Dalu. Wunderbar. Reim und Alp. Das war stark gemacht. Super. Oh Gott. Team Y. Das war gut. Oh Mann. Ja gut, mein Rony. Dann würde ich sagen, das Dampfschneller hat nicht vergessen. Schaut mal bei Dalu vorbei, wenn er noch nicht gerade fett gehen konnte, um die Killer-Sicht zu sehen. Und in dem Sinne, bis dann, haut er ranne. Peace. Und tschüss. Bis dann. Coffee.